Musik Glück auf, TV-Kanal 9 Erzgebirge. Glück auf aus der Silberstadt Freiberg. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen heute hier aus der wunderschönen Silberstadt Freiberg. Ja, der Frühling lässt so langsam für sich hoffen. Sie sehen, es belebt langsam wieder die Innenstädte und wir freuen uns natürlich auch, dass langsam Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen im Blick sind. So hoffen wir natürlich, dass auch viele zahlreiche Gäste hier nach Freiberg kommen, in die wunderschöne Silberstadt und hier wieder an den Stadtführungen teilnehmen oder natürlich auch den Innenstadthandel mitbeleben mit unseren zahlreichen Einzelhändeln und Gaststätten. Bei all diesen Dingen bitten wir doch noch darum, sich daran zu halten. Es besteht noch die FFP2-Maskenpflicht, aber die Geschäfte freuen sich natürlich auf jeden einzelnen Besucher und hier in Freiberg sind sehr viele Geschäfte Inhaber geführt. Nicht vergessen möchte ich natürlich an dieser Stelle auch, dass unsere Touristinformationen am Schlossplatz 6 wieder rund um die Uhr für Sie geöffnet ist und Ansprechpartner für Sie vor Ort erreichbar sind. Sie können mehrere Produkte natürlich auch im Rahmen des Ostergeschäftes bei uns hier in Freiberg erwerben. Gewerbeverein, Citymanagement und Stadtverwaltung haben sich auch in diesem Jahr im Rahmen des Osterprogramms etwas einfallen lassen. Und so gibt es wieder für die kleinen Kinder die Osterkirbschen-Aktion. Bastelvorlagen liegen hier ab dem 25. März in der Touristinformation bereit und können dann vom 1. bis 9. April in der Kinderbibliothek abgegeben werden. 125 Osterkirbschen werden von den Händlern der Innenstadt befüllt und in den Schaufenstern der Innenstadt versteckt. Künder können diese dann vom Gründonnerstag und Ostersamstag hier in unserer wunderschönen Altstadt bei den Innenstadthändlern suchen. Zu unseren Stadtführungen laden wir Sie recht herzlich ein. Natürlich mit unserem allseits beliebten und bekannten Braumeister Michael, der jetzt wieder seine Bierführungen am 26. März hier in der Silberstadt Freiberg beginnen wird. Aber auch unsere Altstadtführungen werden ab April wieder angeboten. Natürlich fährt auch wieder unsere wunderbare Silberstadtbahn durch die Freiberger Altstadt bis hin zur Reichenzeche. Sie haben einen wunderbaren Blick durch die gesamte Stadt und das innerhalb von einer Stunde mit vielen zahlreichen Informationen. Also auch für Menschen, die mal nicht so gut zu Fuß sind oder vielleicht auch Kinderstadtführungen bei uns in Freiberg erleben wollen. Ja, was kann man neben dieser Altstadt noch alles erleben? Auch da ist viel passiert in den letzten Monaten und wir laden Sie recht herzlich ein. Kommen Sie zu uns. Wandern und Bergbau sind ganz große Themen bei uns. Auch hierzu gibt es zahlreiche neue Broschüren bei uns in der Touristinformation am Schlossplatz 6. Zahlreiche Events laden natürlich auch in die Freiberger Altstadt ein in diesem Frühjahr. So beginnen wir mit dem Streetfoot Festival auf dem Schlossplatz vom 16. bis 18. April. Also ein schöner Ausflug auch zu Ostern in der wunderschönen Silberstadt Freiberg. Gefolgt von unserem Töpfermarkt auf dem Obermarkt vom 23. bis 24. April oder dem Frühlingsfest mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai. Hier laden Sie zahlreiche Innenstadthändler ein mit kleinen Attraktionen, auch Hüpfbogen und natürlich viel gastronomischen Schmaus. Glück auf!